Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Ich bin's euer Odo und das letzte mal haben wir eine Gruppe von Aliens in Toroville entsorgt. Also eigentlich waren es keine Aliens, sondern nur irgendwelche Drohnen, die irgendwas bewacht haben. Ich hoffe wir finden dort irgendwas echt cooles, weil dieses System haben wir noch nicht erforscht gehabt. Gleichzeitig bauen wir unser neues Kolonieschiff. Schauen wir mal. Okay, was haben wir da gefunden? Mining Drone Lasers plus 20 Prozent Progress. Nanocomposite Materials plus 10 Prozent Progress. Nicht schlecht. Und plus 15 und plus 5 Punkte und Research Point. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir hier alles finden. Interessant nach welchem Kriterium der vorgeht beim Durchsuchen des Gebiets. Das klingt nicht gut. Also nein, das ist nur via Dosing Energy Credits wie unerwartet. Wir haben ein Kolonieschiff. So, an und für sich wollen wir hier eine Koloniebomb. Deswegen haben wir auch die schon hierher geschickt, weil da können wir einen Haufen Energie meinen. Das wird schön. 3 und 3 und 3. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, schauen wir mal. 4 und 3 und 4. Wir haben die Präsentation in Lingol gesehen. Wir haben die Präsentation und die Präsentation in Lingol gesehen. Wir haben eine Präsentation in Lingol gegeben, in dem Lingol sind, die sich in Lingol Fraktion drehen. Okay, das heißt, wie Sie sind, in die Präsentation in Lingol Physik. Jetzt schauen wir mal. Wir haben die Präsentation in Lingol Idea und die Vorstellung berührt. Das ist ein galaxial wäre, wenn Sie in Lingol oder Fassentation ausbundern. 5 und 5 Jahre sind die Stadt der Flutter des Gefahren sind. 6 und 5 Jahre sind一 vosoma Konumente. in die сразу einer Flutten im Landschaften und umfassbar durch und 15 água betren. Wir sollten uns über ihre Wälder bilden, um sie näher zu studieren. Und Level 5, das heißt meine zwei Science Ship Scientists sind Level 5, das ist gut. Und wir haben Planet Fortification plus 20% und Deflektoren können wir einbauen. So. Wow. Wow. Mining Drone Laser. Focused Mining Lasers cut through Ship House as easily as they carve Rocky Asteroids. Hmm. Sentinel Point Defense. Haunted Countermeyer, also. Hmm. Energy Storage Capacity and Fusion Reactor. Das ist auch nett. Und zweites Physik Labor. Hmm. Level 2 Physik Labor ist auch nicht schlecht. Das heißt Assist Research. Hmm. Na ja, ich weiß nicht. Warp Drive 2. Hmm. Wir könnten dann weiter, das heißt wir könnten wahrscheinlich rüberhupfen auf die andere Seite des Spiral Arms. Energy Storage Capacity, Power Haupt 2. Hmm. Gute Frage. Das Physik Labor... Nein. Nein. Das ist Research. Das ist doof. Das braucht kein Mensch. Und da vielleicht irgendwas... Das klingt gut. Fusion Reactor. System Survey complete. So. Jetzt haben wir mit dir nichts mehr zu tun eigentlich hier. Weil wir alles erforscht haben. Hm. Oder? Oder? Da kommen wir nicht hin. Und da auch nicht. Hm. Ärgerlich. Das heißt wir müssen tatsächlich nochmal da in die Richtung. Dort noch ein bisschen. Bis wir dort sind. Machen wir das mal so. Hm. Hm. Noch ein Anführer gestiegen. Ein Gouverneur. Yes. Ein langlebiger Gouverneur. Na gut. Apropos Gouverneur. Wir werden dann eh wieder einen neuen brauchen. Construction complete. Ja. Wo. Flatt Radcam. Wir können den schon zu Level 3 aufrüsten. Machen wir das doch glatt. Dann machen wir das doch hier auch glatt. Du grade ist gerade ab. Sehr gut. Und. 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 das Kolonieschiff. Ärgerst du mich bitte nicht? Wir kolonialisieren diesen Planeten. Auf. Und. Da. Wir setzen. Wir setzen. Hm. Gar nicht einmal so einfach. Wo setzen wir den hin? Da wäre er perfekt eigentlich. Ach. Wie. Welche da hersetze? Produziert er dann das Ding auch? Nö. Das wäre ja ein bisschen brutal. Wäre nicht so gut. Glaube ich mal. Hm. Da haben wir das da. Das da. Das da. Und das da. Nö. Wieso nicht? Dim Prime. Hm. Wir nennen es. Ähm. Wie heißen unsere anderen? Zat. Na. Tra. K. Zat. Na. Tra. Na. Tra. K. Zat. Na. Na. Tra. Zat. Na. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Zat. Na. Ja. Na. Ah. Sehr gut. Oh, Level 5. Keine Dings. There are signs of activity by an ancient precursor civilization. Und in... Ja, researchen wir doch glatt. Vielleicht mehr Erassians. So. Wir können jetzt Destroyer spawnen. Bevor wir das aber machen... Sollten wir uns... anschauen... Wie sie designed sind. Was sagst du? Einmal Destroyer. Wow, die schauen viel, viel brutaler aus als das andere Zeug, was wir haben. Ship Mounted Radar System. Dann sehen wir weiter, das ist gut für ein Science Ship. Okay. Da haben wir noch nicht wirklich was entdeckt. Medium Mass Driver und Small Mass Driver. Oh, Deflektoren. Was können die? Energy Deflector Screens can stop a limited amount of incoming enemy fire before overloading. Ja, wir haben noch immer ein Plus 7 an Power. Nicht schlecht. Oh, da können wir die Coil Guns einsetzen. Die machen mir Schaden. Aber jetzt haben wir zu wenig Power. Das heißt... Wir setzen noch einen Fission Reaktor ein. Wir haben wieder genug Power. Da gibt es noch nichts, was wir einsetzen können. So, was kann das Ding jetzt? Das kostet uns 205 und das kostet 0,8 Energie im Monat. Das sieht noch sehr aus. Ah... Ah... Hallpoint 600. Armour 12. Shield 60. Warte mal. Was wollen wir die weg tun? Dann haben wir keine Schilde mehr. Oh, da habe ich die Schilde. Was da hier setzen, sind wir auf 0. Ah... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben wir jetzt Plus Minus Null Power. Mhm. Dann haben wir hinten zwei kleine Schilde und vorne ein großes. Ich glaube zumindest, dass das vorne und hinten darstellen soll. Mhm, mhm. Speichern wir das doch glatt. Jo. So, na dann. Bauen wir doch glatt so einen Destroyer. Einen können wir ja mal bauen. Mhm. Und dann geht uns wieder das Geld aus. Äh, die Energie. Ich hoffe... Das geht schnell. So. Wie schaut's so aus? Gib Gas mit deiner Kolonie. Construction complete. Mhm. Erassian Mining Base. Peculiar. A series of deep boreholes on the surface of Torville 5 are all that remain in the erassian and mining operation that has most active on this world. Das heißt, die Erassianer haben dort diese Drohnen zurückgelassen, um das zu beschützen, nehme ich mal an. Es conducted a thorough surface scan, but we have yet to find the remains of any actual mining facilities. Peculiar. Situation Log updated. Na dann. Achso, falsch. Das ist der Situation Log. Ah, ja. Dafür hätten wir nur einen Scientist mit Skill 3 gebraucht. Jetzt haben wir endlich einen Scientist... Ah, jetzt haben wir endlich zwei Scientist mit Skill 5. So. So. Oh. Noch einen Spaceport. Und noch einen Spaceport. Vergrößert. Hey! Größere Spaceports produzieren offensichtlich Energie. Das ist ja cool. Wie das? Kann man auch nicht bauen. So, was kann der? Shipbuild Speed plus 40%, Colony Shipbuild kostet 25, Science Shipbuild kostet 25, Station Modifier, Survey Speed plus 15%, Anomaly Research 33%, Genetic Weapon plus 10%, Ship Hull Points plus 1000. Hm. Da steht nicht drinnen, dass es das Ganze auch... Hm. Ja. Was slowed hold auf? Ja. So, sind wir da fertig? Ha, ein Raumschiff. Gehen wir nachher gleich hin. Aber zuerst schon uns das an. Mist, Team wird noch gebaut. Wir können da noch nichts machen. So, was ist mit euch? Ein Destroyer, zwölf Korvetten. Wir haben jetzt eine Stärke von 596. Wir sind mächtig. Mächtig. Kommt nur her, ihr Feinde. Aber nicht so nahe auf jeden Fall. Mhm. Was? Ein Scientist ist gestorben. Nein. Der Krütik-Übtiker. Ist es der, der gerade das da... Oh Gott, das ist ja wohl ein Witz. Das heißt aber, wir werden... Nicht ihn. Ah, wobei... Oh ja, er geht auch. Weil er ist ja schon Level 3. Ha. Schick mal den gleich hin. Was soll's. Obwohl, ich würde ganz gerne trotzdem einen anderen noch... Ich würde ganz gerne noch einen anderen rekrutieren. Der gut mit Artefakten umgeht. Der hier. Was ist das da für einen Careful? Oh, der ist auch nicht schlecht. Anomaly-Fail-Risk. Minus 10%. Oh, aber der hat minus 25%. Den rekruten wir auf jeden Fall. Den wir mal als nächstes dann dort einsetzen. Sobald wir diese Anomalie angeschaut haben. Mach gleich weiter. Ich weiß, du kannst das. Komm schon. Wir wollen mehr über die Erassianer herausfinden. Yay. Das ist Level 5. Sehr gut. Und der ist auch Level 4. Sehr gut. Die zwei. Wissenschaftler. Hm. Was machen wir als nächstes? Hm. Engineering Facility 1. Aber, naja, natürlich die Engineering Facility. Damit wir nicht nur physikalische Stationen bauen, wobei Physik ist eh das Schlechteste, was ich derzeit habe. Also so gesehen passt hat das schon. Okay, der fliegt noch dorthin. Magdpux forerunners, was sind das für welche? Magdpux forerunners, how should we respond? Was sind das für welche? Stagnant Ascendancy. Greetings, Clagnant Pux. Magdpux. Die wollen Leute von uns in den Zoo stecken. So you need not worry on their behalf. So what do you say, will you contribute to our preserve and safeguard the future of your species? Das ist ja wohl echt jetzt. Very well, you will have your contribution. A Klucknackpuck pop will be taken from your empire. Mechtpuck's forerunners will be pleased and may show us favor in the future. Surrendered our population modifier added for 120 months giving the following effect. Happiness minus 20%. Okay, wir können entweder unsere Bevölkerung unzufrieden machen oder ihn unzufrieden machen. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Es gibt keine gute Lösung für uns. Okay, wir machen ihn unzufrieden, mir ist das doch wurscht. Der muss doch die anderen Wappler durch. Der kann erst gar nicht zu mir. Oh, gib Gas. Kolonie, hopi, hopi, uns fehlt das Ding, uns fehlt schon Energie wieder. Also. Special project complete. Yay. After investigating the boreholes on Torovil 5, our archaeologists found the fossilized remains of over a hundred Erasian miners at the bottom of one of them. Yay. They appear to be more victims of the Javorian pox that brought about the fall of the Erasian concordat. In a futile attempt to keep the disease from spreading, their comrades dumped the bodies down one of the boreholes before the planet was evacuated. An interesting find. Yay. Wir haben noch eine Erasian Artifacts recovered und 140 Engineering Research gained. Lieber wäre es mal, wenn wir ein bisschen Energie gefunden hätten. Gut. Warte mal. Dann gehen wir mal zu dem Ding hier. Und setzen. Achsel OPW-Werter ein. Wir surveillen das System fertig. Nun. Surveillen das System fertig. Und dann machen wir hier Survey. Okay. So. Was ist das jetzt? Geschafft. 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 Geschmack. Ascztochnionen zu finden. uate Ver revisitiert werden ja vier Mantellern. Ok. Was? System, ok. System Survey, ok. Sattner-Trag. Wir rekruten noch einen. Clear-Blocker-Cost plus 25%. Das ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht jetzt. Architecture, der ist auch nicht schlecht. Minus 10%. Hm. Was kommt der? Nein. Hm. Also den Architekten, der uns billiger bauen lässt, oder den Blocker-Remover. Ich nehme den hier. Wer weiß, wie viel man da überhaupt... Hm. 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 So, wir brauchen Energie. Energie, Energie. Konstruktionschef. Ist das jetzt schon in unserem Gebiet? Nö. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Na gut. Machen wir eine Mining... Machen wir zuerst die Mining Station. Und dann die Research Station. So, unser dritter... Unsere dritte Kolonie. Unser vierter Planet. Oh. Die mögen uns jetzt wirklich nicht mehr. Da sind wir. Hm. Warte mal. Die sind untergebene von denen hier. Schauen aber genauso aus wie die hier. Nein, doch nicht. Sind unterschiedliche. Verstehe. Das muss irgendeine Zivilisation sein, die sie gefunden haben. Die sie gleich übernommen haben. Hm. Na gut. Und... Ach so. Ja. Halbe Stunde ist auch schon vorbei. Das heißt... Construction complete. Wir werden für heute... Wahrscheinlich gleich wieder aufhören. Hm. Ja. Genau. Das machen wir. Herrschaften. Wir wünschen euch... Äh. Was heißt wir? Wir, die Klacknack trab. Wünschen euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Und... Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.